Nicht... Nicht hinschauen! Nicht hinschauen! Ich schau selber nicht hin. Was tun sie da? Es sind zu viele. Was tun sie da? Ist ne gute Frage. Schau hier bei... Okay, wir haben nicht geguckt. Hoffe ich. Diese Architektur ist... unglaublich. Es sieht aus, dass die anderen schon überflogen sind. Ich glaube, wir haben besser aufgehoben. Oh, ein Squid. Ist das ne Falle, oder ist das, äh... Huch? Da... Was? Oh, nein, nein, nein! Du kannst nicht derjenige, der weg geht! Das ist es! Ich gehe! Ein Super-Team! Super TNT! Here I come! Es ist schwer, dass die Schlafen halb voll ausführen, wenn sie die Schlafen überlassen. Und ich dachte, dass sie so gut machen würden. Ja, ich würde nicht so weit gehen. Hm. Hm. Sie haben definitiv Probleme, um zu arbeiten. Aber hoffentlich werden sie Dinge ausführen und mit den wichtigen Sachen arbeiten. Hoffen wir es mal. Jetzt sind wir wieder auf uns gestellt. Was machen wir jetzt? Wo sollen wir gehen? Let's figure it out. Ähm. Ich möchte gerne nicht in beide... Also ich möchte nicht... Ich möchte in beide nicht reingehen. In beide Höhlen. Ähm. Warte mal. Wenn ich nur von oben gucke... Wir können gleich mit allen reden. Aber wenn ich von oben gucke... Wenn ich von oben... Wenn ich von oben... Ich, ich... Ja, wenn ich von oben gucke. Toll. Äh. Auf jeden Fall, dieses gelbe Ding führt zu dieser Höhle. Elegard folgen. Achso, jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Die sind doch einfach nur abgehauen. Freue ich mich ein bisschen. Mhm. Awesome. Ja, die sehen richtig lebensecht aus. Wuuu. Voll beeindruckend. Okay. Axel. Ist doch unser Axel. Der muss mit. Natürlich. Hardcore. Gladiator. Öhm. Was? Man kann ja auch mal ein bisschen Spaß haben zwischendurch. Darf man nicht vergessen. Die Petra, der geht's nicht gut. Ist ja kalt. Ist sie vergiftet oder irgendwas? Hey Petra. Hey. You okay? Mann, jetzt sprich doch mal mit ihr, du doofi. Oh. Wir haben das Inventar und können es einfach nicht benutzen. Olivia ansehen. Wenn sie uns nur daran teilhaben lassen würde. Hey, Jesse? Ja? Ja? Es ist Petra. Sie... Ja. Ich weiß nicht. Sieht nicht richtig. Glaube ich auch. Ich habe versucht zu fragen, aber sie... Well... Maybe she'll talk to you? Die deutsche Übersetzung ist übrigens... ...streckenweise echt für'n Arsch. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich verstehe ja schon, warum man die nicht auswählen kann in den Optionen normalerweise. Die ist teilweise wirklich... ...gewöhnungsbedürftig. Tut mir leid, liebe Übersetzer. Ich weiß, ihr habt... ...naja, hoffentlich euer Bestes gegeben. Aber da ist auf jeden Fall noch Platz nach oben. Nicht böse sein, aber... Vielleicht erschließt sich vieles auch erst im Zusammenhang, wenn man es nicht als Tabelle vorliegen hat. Ähm... Tja, Elegat folgen. Ansehen. Hmm... Toll. Ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wenn wir folgen sollen. Komisch, dass da keinen Durchgang gibt oder keine anderen Durchgänge, nur die beiden. Magnus folgen. Das Problem ist, wenn wir uns jetzt wieder auf Elegats Seite schlagen, dann wird Magnus wahrscheinlich... ...naja, dann wird der Magnus wahrscheinlich kackig sein oder so. Könnte ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt aber Magnus folgen... Ich weiß nicht, was richtig ist, ehrlich gesagt. Ich nehme mal in diesem Play-thru... ...in diesem Play-thru... ...nehme ich mal einfach den Elegat-Weg... ...und dann probieren wir später vielleicht mal irgendwann den Magnus-Weg. Vielleicht ist das eine gute Idee. Dann können wir uns das besser merken. Okay. Das arme Ding. Sie schleift auch ein bisschen nach beim Gehen. Woah. Ich fühle mich schlecht über die anderen, aber... ... ich wollte nur mit dir sprechen, über das allein. Es ist... ... ein bisschen schwer zu sprechen. Hey, was es ist, ich vertraue dich. Du kannst mir sagen. Thanks for being so understanding. You got me away from the Witherstorm. Aber ich bin schrecklich, dass ich nicht rausgekommen genug bin. Was? Es kam nicht zu lange nachdem du mich schraubst. Was ist das? Was ist mit deinem Arm? Do you know what Wither is? The Wither? Of course. We've been... No, Jesse. Just Wither. Or a Wither sickness, I guess. And... I feel like it's just gonna keep getting worse. Well, we're gonna go back and tell the others we can get help. You can't tell anyone about this. What? Was? Scheiße. Ich will doch gar nicht... Okay, schnell. Ah, fuck. Nein, nicht das Amulett. Ist okay. Ist okay. Ich bin okay. Oh, die Arme. Ach, die arme Petra. Komm, Bacon, pass auf sie auf. Sei das Wachschwein. Die einen haben einen Wachhund, die anderen haben Wachschwein. Ich weiß nicht, ob wir das einfach so nehmen können. Abholen. Das ist doch ne Falle. Hallo? Oh, oh. Hallo? Okay, ich will hier wirklich nicht runterfallen. Die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig hier immer. So. Das klappt bis jetzt noch ganz gut. Ich hab aber keine Ahnung, was uns da hinten erwartet, ehrlich gesagt. Es ist dunkel. Hier kann alles spawnen. Oha, hier sind ja Löcher. Huh. Das Eier hat so ein bisschen rum, muss ich zugeben. Nee. Ach so. Ach, der kann da gar nicht runterfallen. Nee, ich wills gar nicht rausprobieren, ehrlich gesagt. Ich geh davon aus, dass er runterfallen kann. Sehr Minecraftig, sozusagen. Okay, wo kommen wir hier hin? Nice. Boah, geil. The Builder. Ich weiß jetzt, warum er so genannt wird. Der Baumeister. Ich weiß jetzt, warum er so genannt wird. Ich weiß eigentlich nicht, Bob. Bob Kelzow, der Baumeister. Okay, wir haben hier wieder verschiedene Farben eingewoben. Heißt wahrscheinlich nichts. Ich lade trotzdem mal drüber. Okay, da komm ich gar nicht weiter. Da ist ein Schlitz. Zwischen den Regalen. Da schauen wir mal nach. Ach. Bücher. Und noch mehr Bücher. Hier. Ist das er? Das ist Eivor. Eivor. Du hast hier gefunden. Du hast hier gefunden. Du hast hier gefunden. Du kannst es wieder zurückkommen. Eivor, einfach calm dich, okay? Ich glaube, wir sind hier für das gleiche Grund. Ich bin hier mit der Order, um zu finden Soarin Super TNT. Wir werden die Witherstorm zu verleten. Die Order? Ich glaube, das Plan wird in ihren Augen mehr als ein. Sie können dir nicht helfen. Aber ich? Ich wähle nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Petra? Du hast es gelesen? Ha! Fortschrisch! Meine... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich werde dich nur aufbauen. Du solltest die Order entscheiden. Sie wissen, was sie tun. Das Kind der Justice ist zu gut für dieses Monster. Fuck. Okay. Ich bin der einzige, der kann den Witherstorm stoppen! Nicht du, nicht der Order! Du kannst dich nicht die Gefühle in meiner Geschichte machen. Na komm schon! Kräfte lassen kann ich gut! Was? Ich hab doch gewonnen! Na komm! Ich bin der Wither. Du kannst nicht mehr gehen. Das könnte alles beendet werden. Wenn du mich aufhören willst, du musst mich erst unterhalten. Jesse, schau mal! Get out! You're not getting out of here that easy, Eibor. I'm like the wind! Cool. Nein, 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 nein! Out of my feet! I'll cut through you if I had to! Come on! Don't tempt your feet. Oh, I will tear my feet! Ich fordere mein Schicksal immer heraus! Ah, du Bastard! Okay, sei vorsichtig, das hat er schon mal gemacht. Lass ihn nicht hinkommen. Er kann überall sein! Stay in your guard! Vanish all you want, Slimeball! You're still not going anywhere! Ha ha ha! Ah! End of the rail, Eibor. We're not letting you get away with this. Das ist auf dich, du Pufft-up-Fool! Da ist kein Zeitpunkt für das. Jesse! Petra! Ja, noch mehr von euch? Will diese Parade von uselessen Battlers nicht cease? Was ist passiert? Ich habe einen Eivor, und habe ihn verletzt. Jesse hat ihn, wie es. False. Du hast nichts verletzt. Query, hast du schon gesehen, die Effekte von Splash Potion von Slowness? Nein. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Du bist... ...geeeeh... 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 Magnus and Illigar may think they can stop me. That they can destroy the Witherstorm. But they are mistaken. And it will cost them their lives. Also, alles für'n Arsch. Na, großartig. Nächstes Mal bei Minecraft Story Mode. Next time on Minecraft Story Mode. Das habe ich gerade gesagt. In pursuit of answers, all our heroes found in Soren's Armory was Deceit and Treachery. Locked in a dark chamber deep in Soren's Mountain. As the order of the stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Petra's wither sickness? Would they find a way to defeat the Witherstorm? Or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. The End. Also, wir waren gerade im End. Wie hast du den Ghast besiegt? 52 haben wir auf den Ghast geschossen. Hast du den Verstärker gecraftet oder gestohlen? Hast du den Befehlsblock gebaut? 94% haben Ellie geholfen, den Befehlsblock zu bauen. Hat ja nichts gebracht. Nachts oder morgens aufgebrochen. 85, also 86% sind nachts abgehauen. Natürlich finde ich gut. Und Episode 2 kam jetzt tatsächlich sehr überraschend sehr schnell raus. Sehr überraschend sehr schnell. Die sollte ja eigentlich erst viel später rauskommen. Jetzt haben sie viel früher rausgehauen. Was vielleicht daran liegt, dass diese Episode, ja nicht mal die 2 Stunden von Episode 1 ging, sondern 1 Stunde 20 Minuten sehe ich gerade. Also die ist wirklich sehr kurz gewesen, sehr schnell gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Und warum? Warum ist der Typ hier mit der alte Schleimhaar, warum ist der immer so ein Arsch? Das verstehe ich nicht. Der ist, ich frage mich, welches Member vom Order of the Stone er war. War er damals der Anführer? Weil jeder hat ja da seine feste Rolle, ne? Hier die Maschinistin, der Brawling-Typ, der Bauer, das Schwert, also nicht der Bauer, sondern der Erbauer, der, weißt du schon, ne? Dann noch das Schwert. Einer muss die aber angeführt haben. War das etwa er? Vermute ich. Ich vermute es einfach nur, weil er gerade beim Amulett in der Mitte zu sehen war. Ich weiß es natürlich nicht. Wir werden es hoffentlich erfahren in Episode 3. Wann die kommt, weiß ich nicht genau. Vielleicht kommt die ja wieder überraschend. Ne? Also das hier kam. Ich glaube die Episode 2 wurde überraschend schnell released, weil jetzt die Boxed-Version rausgehauen wurde. Ähm, deswegen haben sie gesagt, oh juhu, Boxed-Version verkaufen wir auch noch. Also hauen wir jetzt mal Episode 2 raus. Sind ja nur 1 Stunde 20 Minuten. Entschuldigung Telltale, ich mag eure Spiele, aber das ist so kurz. Ich will weiterspielen. Was ist denn das jetzt? Okay, na gut. Ja, das war Episode 2. Montage erforderlich. Die deutsche Übersetzung... Gut, ich... Ja. Also alleine hier Ent-Seidungen. Hier steht Ent-Seidungen online. Sehen Sie mehr von Ihren Ent-Seidungen. Sehen Sie mehr von Ihren Ausscheidungen online. Ähm... Ja, ich ähm... Ja. Also deutsche Übersetzung kann man machen. Ist nicht ganz akkurat. Vielleicht, äh, hilft es ja dem ein oder anderen. Zuhören kann man ja auf Englisch. Das geht ja. Lesen dann halt, äh... Das hilft mich nichts. Ich... Ich hab keine Ahnung. Naja. Jedenfalls, das war Episode 2. Montage erforderlich oder Montage erforderlich? Ich bin mir nicht mal sicher, was es heißen soll in dem Falle. Montage sind nicht unbedingt erforderlich. Montage vielleicht schon. Naja. Mal gucken, wie Episode 3 heißen wird. Ich lass mich überraschen. Dienstag gelegentlich. Wär schön. Naja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in Episode 3 oder in einem anderen Let's Play. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war... Minecraft Story Mode Episode 2. Bis dahin. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ciao. Mit V. Tschüss. Jetzt aber raus hier. Achso, die Credits. Das hab ich jetzt ganz vergessen. Episode 2. Montage erforderlich. Written by Joshua Rubin, Eric Sturper, Tim Williams. Hier kann man's wenigstens lesen. Am Anfang kann man das gar nicht lesen. Mhm. Aha. Ich vergleiche das gerade mit den Leuten aus Episode 1. Die hatte ich alle noch im Kopf. Ja, es sind überwiegend dieselben. Es sind überwiegend dieselben. Ja, ja. Ich vergleiche das gerade. Hab ich mir alles gemerkt, natürlich. Ja, hier auch Environment Art. Mhm, 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 mhm. Ah, ja. John Butch. Ja, ja. Craig Schiller. Craig Schiller. Hörts ja irgendwie Craig Dealer, aber ist ein Schiller. Also Schiller wie Goethe und Lessing. Ähm, hier auch noch User Interface, Technical Art and Effects, Sound Design. Ganz traumhaft. Lasa Levine. Hallo, Lasa. Schön, von dir zu lesen. Creative Director Dennis Lennart. Wer soll's auch sonst gewesen sein? Mark Dickinson war der Senior Producer. Und Producer war Jennifer Hill. Hallo, Jenny. Äh, hier noch. Ah, Consultants war der Jeb Bergenstein. Bergenstein. Der Jeb hat also mitkonsultet. Und Junkboy also auch. Junkboy kenn' ich gar nicht. Ähm, Entschuldigung. Ähm, den haben wir hier noch. Ah ja, das ist ja interessant. Hm, Fern Heinz. Ja, hm. Joseph Floyd. Oh, hm. QA, QA. Eric Bacca. Ich weiß, was Bacca heißt. Der, äh, äh, Schronz. Hm. VO Production, Music Production. Nick Mastrojani. Dann haben wir noch Cast. Patton Oswald. Den kenn' wir ja immer noch. Catherine Tabor. Dee Bradley Baker. Curry Feldman. Dave Fancy. Gray Griffin. Ashley Johnson. Martha Plimpton. Brian Posehn. Scott Porter. Paul Rubens. Und Billy West. Natürlich noch. Erin Yvette. Matthew Mercer. Ursula Tahirian. Sam Regal. Michael Gambino. Jason J. Top Topolski. Und AJ Riebli. Der Dritte. Death Bowl Announcer. Ach ja, und die Leute hier waren auch noch sehr wichtig. Und, äh, Kevin Brunner ist übrigens der CEO von Telltale. Den, äh, kennt man vielleicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Director of Human Resources. Ich finde das sehr schön, dass wir uns die Credits angucken. Ja. Da können wir das Ganze ja noch 10 Minuten länger laufen lassen. Kriegen wir noch anderthalb Stunden zusammen. Toll. Vielleicht schneide ich die Credits einfach weg. Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken. Weil, ganz ehrlich, nach jeder Episode die selben Credits angucken ist... Ist okay, wenn die Episode mal 4 Stunden geht. Aber so nach 3 Folgen immer wieder Credits. Pfff. Wenn ich das mal so sagen darf. Betsy Dallas ist meiner Meinung. Adam Miller hat auch grad genickt. Hab ich grad genau gesehen. So, Recruiting, Operations, Finance. Aha. Roda Gravador. Die Olga Malkyman. Die kennen wir ja auch noch. Marc Barbolak. Mhm. Hat sich ja nicht viel geändert seit letztem Mal. Hier noch ein paar Special Things. Aha. Die Herreras. Mhm. Ja. Ah, ja. Robison Families. Ja. Mhm. Clementine. Thomas Denno ist auch ganz toll. Sti- Stephanie. Bäh. Stock. Bäh. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Bäh. So. To my mom and dad. Sarangay. Mhm. Die Dankeschöns laufen länger als die Credits. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Aha. Ich glaube, die Episode kriegt man so noch zwei Stunden, wenn man genug Dankeschöns reinschreibt. Was aber okay ist. Ich mag Dankeschöns. And you. Die meinen dich, mich nicht. Telltale Pads. Hä? Schon wieder? Die haben wir letztes Mal schon drin. Warum sind die schon wieder drin? Die haben nicht mitprogrammiert. Die haben vielleicht die Übersetzung gemacht. Das würde vielleicht einiges sein. Nein. Entschuldigung, lieber Übersetzer. Bitte nicht hauen. Ähem. Echo the dog. Echo the dog. Echo the dog. Echo the dog. Entschuldigung. Ähm. Mhm. Mamba the cat. Mamba ist doch so ein Früchteriegel. Hm. Mhm. Eine wirkt der Fiktion. Ah ja. Telltale. Copyright. Mojang. Mhm. Ja. Vielleicht lass ich die Credits diesmal noch drin. Nächstes Mal schneide ich die aber raus. Ganz ernsthaft. Ich schneide die nächstes Mal raus. Diesmal lass ich die einfach noch drin. Und jetzt kommt sowieso nur noch das Hauptmenü. Inhalte werden aktualisiert. Konflikt. Ja. Während der Cloud synchronisiert ist ein Konflikt aufgetreten. Ich hab mir jetzt ein Telltale Account gemacht. Und die ganze Zeit sehen wir diese beschissene Wolke die ganze Episode über. Die dann die ganze Zeit rumrödelt. Stört voll in den Zwischenszenen. Die stört einfach Telltale. Nimm die scheiß Wolke bitte raus. Und dann steht da mal so ein X und es funktioniert sowieso nicht. Möchtest du deine lokalen Dateien auf den Server hochladen. Und die Serverdateien herunterladen. Was? Was ist? Wo entscheide ich mich denn jetzt für was? Meine lokalen Dateien auf den Server hochladen. Ist das das? Oder ist das das? Oder die Serverdateien herunterladen. Und deine lokalen Dateien überschreiben. Ist das das? Oder ist das das? Du willst mich verarschen. Lokale Dateien. So. Mal gucken. Gleich ist Episode 2 komplett weg. Ist doch sowieso gleich. Ja. Fehler bei der Cloud Synchronisierung. Gut gemacht. Ich möchte es deaktivieren bitte. Ciao. Das ist einfach äh. Schön. Funktioniert super. Tolle Idee. Man muss ja unbedingt hier auch noch eine eigene Cloud haben. Das ist total wichtig. Das Spiel läuft über Steam. Man kann es ja nicht über die Steam Cloud machen. Die immer funktioniert. Und zwar reibungslos. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung was man sich davon verspricht. Naja. Jedenfalls äh. Das war Minecraft Story Mode Episode 2. Und ich hoffe wir sehen uns wieder bei Numero 3. Mal gucken wie lange es dauert. Äh. Dann spielen wir 30 Minuten. Und dann sind wir schon in Episode 4. Mal gucken. Ich lass mich überraschen. Ich bin ein bisschen gehässig. Ne. Tut mir leid. Aber auch nur ein bisschen. Weil ich traurig bin. Dass die Episode nur so kurz war. Ich hätte gerne noch ein paar Stunden weiter gespielt. Schade. Naja. Vielleicht nächstes Mal. Lassen wir uns überraschen. In Minecraft Story Mode Episode 3. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschau mit. Fau. Ph tide. Dann bin ich gern im Raum. Plank. Noch findings. Am Trловisch Uит...... bis … uratار auf. Gなzt istne. Agregent einae. werden wir einmal überrascht sein. Wasst die denn – Tag Literatur. Wasst das In der Zeit. Tag. Tag. S Neck. We can fire back another plane of attack Something to tip the scales in our favor again If we're expecting less, we just allow the glass To drain empty through the cracks in the bottom And wash away 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 Don't wash away Tonight Hold me closer, watch out the days Until you see your face Till I look into your eyes When I'm tired, you can jerry me Till I see your face Till I look into your eyes